Yo! Servus Leute! Totne vom Start. Also ich bin jetzt hier im Wald wie man sieht und eigentlich bin ich auf der Suche nach Steinpilzen, aber wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich war jetzt vier Stunden unterwegs und habe auch nichts gefunden. Keine Steinpilze, also absolut keine Pilze, keine Schwammel, gar nichts. Also Mau ist echt untertrieben, das ist absolut eine tote Hose. Also es gibt gar nichts. Der Gartenkanal, der hat anscheinend einen Haufen gefunden, aber in Bayern gibt es anscheinend nichts. Schade eigentlich. Ja gut, schreibt sie mal, wenn sie aus Bayern kommt, so wie es bei euch schaut, ob es bei euch irgendwelche Pilze gibt, Schwammerl oder sonstiges. Würde mich sehr freuen über einen Kommentar. Tschüss!